Die Geschichte des prachtvollen Schloss Schönbruns in Wien begann ganz bescheiden. Denn dort, wo heute dieses prunkvolle Barockschloss steht, stand im Mittelalter eine Landwirtschaft mit einer kleinen Mühle. Und anstelle des opulenten barocken Gartens waren hier Obstbäume, Weingärten und Äcker. 1569 kaufte Kaiser Maximilian II. diese Landwirtschaft, denn sie lag gleich neben dem wildreichen Wiener Wald und eignete sich somit perfekt zur Jagd. Nach dem Kauf ließ dann Kaiser Maximilian das Herrenhaus erweitern und einen Tiergarten für Jagdwild anlegen. In diesem Video tauchen wir in die Geschichte vom Schloss Schönbrunn ein. Ich zeigte, wie dieses prachtvolle Barockschloss entstanden ist, welche Bewohner es geprägt haben und wo sie ihre Spuren hinterlassen haben. Und unsere erste Spur führt uns ins Erdgeschoss des Schlosses, wo wir durch dieses unscheinbare Fenster im Boden einen Blick in die Vergangenheit werfen. Hier siehst du nämlich die bescheidenen Überreste von jenem repräsentativen Gebäude, das sich Eleonora von Gonzaga Mitte des 17. Jahrhunderts errichten ließ. Denn Schönbrunn war nach dem Tod ihres Mannes, Kaiser Ferdinand II., Eleonoras Witwensitz. Und nachdem sie Kunst und Kultur liebte und auch gerne Gesellschaft hatte, ließ sie dieses dreistöckige Gebäude errichten und Schönbrunn blühte zu einem gesellschaftlichen Zentrum auf. Auch nach Eleonores Tod sollte Schönbrunn ein beliebter Ort für feste und musikalische Veranstaltungen bleiben. Doch das nahm 1683 ein jähes Ende. Denn da belagerten die Osmanen Wien und nachdem Schönbrunn ein gutes Stück außerhalb der befestigten Stadt Wien lag, wurde das Anwesen völlig verwüstet. Doch die Zerstörung durch die Osmanen sollte gleichzeitig die Geburtsstunde von jenem barocken Schloss werden, wie wir es heute kennen. Das Vorbild für das neue Schloss Schönbrunn kam aus Frankreich. Denn dort hatte sich Ludwig XIV. mit dem Schloss Versailles ein barockes Prachtschloss errichten lassen, das seinesgleichen suchte. Dieses war gewissermaßen der Prototyp für barocke Schlossanlagen in Europa. Und Kaiser Leopold I., der nach dem Sieg gegen die Osmanen am Höhepunkt seiner Macht war, war klar, so ein Schloss sollte auch in Wien stehen. Schönbrunn beinhaltet daher viele typische Elemente der barocken Architektur, die wir auch aus Versailles kennen. Die gesamte Anlage orientiert sich auf das Schloss zu, also im übertragenen Sinn auf den Kaiser. Und auch im Garten muss sich die Natur dem Kaiser unterordnen. Beete und Hecken sind daher akkurat gestutzt und die Sichtachsen führen einen Blick zum Schloss. Das Schloss selbst hat mehrere Flügel und ist symmetrisch angelegt. Weitere typische Merkmale barocker Schlösser sind ein weitläufiger Wagenvorplatz sowie eine pompöse Eingangstreppe. Und in Schönbrunn war diese Treppe ursprünglich so groß, dass man sie sogar mit der Kutsche befahren konnte. Die beachtlichen Dimensionen dieser ehemaligen Treppe kannst du übrigens noch heute im Pflaster angedeutet sehen. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn du die manchmal etwas versteckten Orte aus diesem Video in Schönbrunn finden möchtest, dann geh einfach auf meine Website www.gretewalz.com. Dort habe ich dir eine Karte mit allen in diesem Video besuchten Orten zusammengestellt. 1693 beauftragte Kaiser Leopold I. schließlich den Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach mit dem Bau des Schlosses. Dieser hatte sich übrigens geschickt mit einem gigantomanischen Entwurf ins Rennen gebracht, bei dem das Schloss auf Anhöhe des Schönbrunner Bergs stehen sollte. Aus Kostengründen entschied man sich dann jedoch für einen Bau am Fuße des Hanges. Zunächst schritt der Bau rasch voran und bereits 1700 konnte der Mitteltrakt bezogen werden. Doch dann kam das Projekt ins Stocken. Denn der spanische Erbfolgekrieg verschlang Unsummen und sowohl Kaiser Leopold I. als auch sein Sohn Josef verstarben innerhalb weniger Jahre. Schönbrunn wurde erneut zum Witwensitz und spätere Kaiser besuchten es maximal, um Fasane zu schießen. Aus diesem Dornröschenschlaf wurde das Schloss durch eine Prinzessin wachgeküsst. Nun ja, genauer gesagt durch Österreichs einzige weibliche Herrscherin Maria Theresia. Sie hatte nämlich schon früh eine Vorliebe für das Schloss Schönbrunn und ließ es zu ihrer Sommerresidenz ausbauen. Bei ihrem Umbau verbannt Maria Theresia höfische Repräsentation mit einem pragmatischen Ansatz, was bauliche Kompromisse anbelangte. Und was sie alles umgebaut hat, sehen wir uns bei einem Spaziergang genauer an. Unseren Spaziergang auf Maria Theresias Spuren beginnen wir ganz klassisch mit einer Schlossbesichtigung. Dabei siehst du im ersten Stock des Schlosses viele Räume aus Maria Theresias Zeit. Was dabei auffällt, ist die besonders prunkvolle Ausstattung der Räume. Das war natürlich Absicht, denn im Barock drückte man durch möglichst viel Prunk und Protz die Macht des Herrschers oder in diesem Fall der Herrscherin aus. Bei einer Schlossbesichtigung siehst du unter anderem den Spiegelsaal, in dem der sechsjährige Mozart für Maria Theresia aufgespielt hat und du besichtigst das Vieux-Lack-Zimmer, das Maria Theresia als Gedenkraum für ihren Mann Franz Stephan einrichten ließ. Höhepunkt der Tour sind die prächtige kleine und große Galerie, die für Veranstaltungen sowohl zusammen als auch getrennt voneinander genutzt werden konnten. Nach der Schlossbesichtigung im ersten Stock schauen wir uns auch noch im Erdgeschoss um. In diesen Räumen ließ Maria Theresia die Wände vom Maler Johann Wenzel Bergl mit farbenfrohen Fantasielandschaften bemalen, so dass man das Gefühl hat, in einem kühlen Garten zu sitzen. Maria Theresia schätzte diese Räume besonders in späteren Jahren, weil sie dort der sommerlichen Hitze entfliegen konnte. An dieser Stelle habe ich noch zwei Videotipps für dich, nämlich wenn du mehr zum bewegten Leben von Maria Theresia erfahren möchtest. Dazu habe ich bereits ein eigenes Video gemacht und das verlinke ich dir hier und in der Videobeschreibung. Und wenn du Schwimmbrumm besuchen möchtest, dann solltest du dir vorher mein Video mit Profitipps für deinen Schwimmbrumm-Besuch ansehen und auch dieses Video verlinke ich dir hier und in der Videobeschreibung. Als nächstes spazieren wir in den Ehrenhof, das ist der Platz direkt vorm Schlosseingang und gehen auch hier Maria Theresias Bautätigkeit auf die Spur. Und dafür nehmen wir diese unscheinbaren Fenster an der Schlossfassade genauer unter die Lupe. An diesen schmalen Fenstern erkennst du nämlich jenes Zwischengeschoss, das Maria Theresia einziehen ließ, um ihre 16-Kinder-Plus-Hofstadt unterzubringen. Für das Zwischengeschoss wurde die Decke der Nobeletage kurzerhand abgesenkt und der Boden im Stock darüber angehoben. Und voila, besagtes Mezzanin entstand. Und wenn wir schon im Ehrenhof sind, schauen wir auch gleich zum Schlosstheater. Denn besonders in jungen Jahren liebte Maria Theresia Spektakel aller Art und musikalische Aufführungen waren ein fixer Bestandteil des Lebens am Wiener Hof. Daher wurde in Schwimmbrumm ein eigenes Theater gebaut, in dem Josef Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart ebenso auftraten, wie die Mitglieder der kaiserlichen Familie selbst. Wenn man durch die prachtvollen Prunkräume des Schlosses spaziert, kann man schon mal darauf vergessen, dass Schwimmbrumm für viele Menschen vor allem eines war. Nämlich harte Arbeit. Mehr als 1000 Personen sorgten tagtäglich dafür, das Schloss zu betreiben. Um sie alle unterzubringen und zu verpflegen, wurden die Neben- und Wirtschaftsgebäude erweitert. Und wo diese Neben- und Wirtschaftsgebäude genau sind, sehen wir uns jetzt genauer an. Als erstes spazieren wir zu den Pferdeställen und Wagenremisen, die in den Nebengebäuden Richtung Westen untergebracht waren. Wenn man sich hier die Gebäude genauer ansieht, kann man ihre frühere Funktion an den großen Einfahrtstoren erkennen und man kann sich gut vorstellen, wie hier zu Kaiserszeiten die vornehmen Kutschen für Ausfahrten vorbereitet wurden. Und apropos Kutschen, echte kaiserliche Kutschen aus Maria Theresias Zeit kannst du dir auch gleich in der historischen Wagenburg ansehen. In dieser ehemaligen Reithalle, in der später übrigens auch Sissi geritten ist, ist heute ein Museum mit Kutschen, Schlitten und anderen Gefährten des Kaiserlichen Hofs untergebracht. Von der Wagenburg spazieren wir zu den Nebengebäuden auf der anderen Seite des Schlosses, also Richtung Osten. Hier war nämlich die Hofküche untergebracht, denn die Speisen für den Kaiserlichen Hof wurden nicht im Schloss selbst, sondern in Nebengebäuden zubereitet und dann in beheizten Kisten ins Schloss gebracht. So wurde die Brandgefahr im Schloss verringert und die kaiserlichen Schlossbewohner wurden nicht mit üblen Küchengerüchen belästigt. Noch heute erinnern die Bezeichnungen der Nebengebäude wie der Hofküchentrakt oder das Zuckerbäcker Stöckel an ihre frühere Funktion. Als nächstes sehen wir uns die Gartengestaltung von Maria Theresia an und machen dazu einen Spaziergang durch den Park. An dieser Stelle noch ein Hinweis, alle Sehenswürdigkeiten im Park vorzustellen, würde bei weitem dieses Video sprengen. Deswegen plane ich ein eigenes Video dazu und sobald es fertig ist, verlinke ich es dir gleich hier. Wie vorhin schon kurz erklärt, nutzte man im Barock auch Schlossgärten, um die Macht des Herrschers darzustellen. Und diesem Programm folgte Maria Theresia auch bei ihrer Gartengestaltung. Die dekorativ angelegten Beete und Hecken wurden dabei mit repräsentativer Landschaftsarchitektur ergänzt. So entstanden der Neptunbrunnen, die römische Ruine, der Obelisk und die weithin sichtbare Gloriette. Auch exotische Tiere und Pflanzen hielten Einzug in Schönbrunn, denn diese galten als besonders exklusiv und teuer. Und so entstanden in Schönbrunn der Tiergarten sowie botanische Gärten, in denen vor allem Maria Theresias Mann, Franz Stephan von Lothringen, seinen wissenschaftlichen Forschungen nachging. Übrigens, der Schlosspark war ursprünglich nicht öffentlich zugänglich. Das endete erst Maria Theresias Sohn, Kaiser Josef II. 1779. Die Öffnung der kaiserlichen Gärten, die beim Adel übrigens für ziemlichen Unmut sorgte, sollte nur eine seiner zahlreichen Reformen sein. Mehr über Josef II. und sein umfangreiches Reformprogramm erfährst du in diesem Video. Oder du tauchst in diesem Video noch weiter in die Geschichte von Schönbrunn ein. Vergiss außerdem nicht meinen Kanal zu abonnieren. Dankeschön und bis bald! Bis bald! the MöSub I